und herzlich willkommen auf meinem Video. Heute Tag mache ich ein Start-Armband auf dem Loom. Das ist ein Set von Lundsland.de. Und was ist das? Und darin sitzen Gummibander in bliebiger Farbe und ein Hackel, eine Mini-Loom und einen großen Loom. Das ist dies. An dieser Loom sitzen Offen und diese Seite von der Stifte. Wenn wir beginnen, so starten Sie die Gummibander in bliebigen Farben. Und dann zu Beginn, Sie überlegen die erste Farbe und von dem ersten Stifte zum zweiten Stifte. So. Dann von dem zweiten Stifte zum dritten Stifte. Von dritten Stifte zum vierten Stifte. Und nach den fünf, sechs, bei grünen Vorengü rests. Sie, wir rollen dir diesen Vorgang bis zum Ende von diesem Lohn. Noch ein, noch eine. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und das Gummibander geht zu der dritten Stifte. Und dann im dritten Stifte brauchen wir den Gummibander. Und das geht zu dem vierten Stifte. Und so weiter. Bis dem Ende von den Lungen. So. Diese Gummibander sind sehr stark. Diese Gummibander sind sehr äckter. Und wenn sie kaufen die Gummibander, sie müssen... Er ist ein großer Verschill in Gummibander. Der ist ein falscher in Umlauf. Wenn sie... Diese ist fertig. Wir brauchen einen C-Clip. Dies ist ein C-Clip. Und diese Gummibander, dann gehen wir strechen zum zweiten Stifte. Und das Armband ist fertig. So, das geht von der Lung ab. So, dann habe ich sie. Yes. Dann tue ich das auf den Lungen. Einfach so, dass es direkt ein bisschen mehr. Und dann gießt der C-Clip. Und dann haben sie ein schönes Armband. Wenn sie das auf den Lungen ist. Ich bin der Lungen. Ja, das war.